b bestimmt nicht wir sind ja hart nehmen das stimmt natürlich kann man so sagen sie die helden die helden im erfeld bahn die glocke ist echt schönes glöckchen geworden balla 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 bing bong oh hier ist noch was ein rucksack oh schön wo muss man denn jetzt hin ah da hier unten glaube ich irgendwo oder das passt so aus da ist doch noch was mal jo hier mussten wir hin anscheinend hoffentlich ansonsten müssen wir jetzt wieder anscheinend auch nicht ich meine müssen wir doch wieder zurück mann 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 ich kann es schlimm ja aber es ist ja das geile an diablo dass die levels halt komplett zufällig sind man jedes mal ein komplett neues spielerlebnis hat ja dieses mal neu fehlt die schönen ich finde es auch ganz cool das hat die mit ihren komischen den mauren hier ne echt voll nervig ey die mich da voll aber ich kann die mauer noch zerstören weil ich so ein übergeiler typ bin hm da muss ich da müsste ich auch lachen was hm hm wirst du dich frech hm 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 oh wer ist hier denn ein kleiner seelenreißer hm 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 auch wieder hundis alter was geht da denn da ist aber party guck mal ich glaub die die ernähren sich gerade da da ist ein richtiger rave hm hm nicht genug geisteskraft das treiben diese kleinen hündchen hier alter falter die sehen so ein bisschen aus wie diese hunde von ghostbusters ja ne hm hast du recht ich bin der schlüsselmeister erheblicher heiltrank schön ich bin der torwächter äh hier oben gehts irgendwie auch noch lang ja hier gehts lang wiii wo holst du überhaupt noch die Asteroiden her aus deiner Tasche ja hast du da so ne Asteroiden Tasche richtig richtig Traum oh oh Kisten gucken wir da mal rein was wir da drin haben schauen wir mal na ja was es hier so gibt hallo 4 Metzl 6 mit einem Schlag schön das ist ein richtiger Verprügler ne haha ich verprügel alles hm oh Angriffsgeschwindigkeit gesteigert juhu das ist zu geil das ist zu geil sie wogen das Lichts in einen einschlag ne ja da fallen die um ne hehehe das ist zu geil echt ich habe nicht genug Geisteskraft eure Schwächen sind offenbar Mua! Oh, 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 oh! So. Hat das Ding hier auch mal ein Ende? Gibt es hier ein Ende oder gibt es keins? Doch, ich glaube da sind wir. Ich glaube hier ist es. Aha. So. Es war wieder so ein Gelber. Ja. Hat sich selbst angepisst. Das war ja das Gelb. Ah, hier guck mal hier. So wie der gelbe oder grüne, gelbgrüne Typ von Sin City. Ah, mir ist es entfallen. Der, der... Das gelbe Arschloch, nein wie heißt denn der? Irgendwie so. Ich hab ihn nur einmal geguckt im Film und ich fand ihn nicht so geil. Voll geil. Wie pinst du? Völlig. Ja, gefiel mir nicht so gut. Ja. Ey, das war richtig geil. Na, lauf nicht weg. Oh. Schön. So. Oh, ist hier der Ausgang. Die zweite Ebene. Ach, hier ist endlich die zweite Ebene. Endlich haben wir sie gefunden. Meinst du? Er leuchtet doch das schon auf einem Minimab. Ich bin noch nicht so ganz sicher. Noch. Jetzt schon. Doch, stimmt. Okay. Geil. So. Gut da. Wer ist noch da? Bam. Ein Licht. Balabam bam. Balabim bum. Bam bam. 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 Die hüppeln ja woche lang. Das sind die ganz komische Armschienen, die ich hier gefunden habe. Ich habe nicht genug Zeit. Mit Stärke, Intelligenz und Geschicklichkeit. Ich bin noch nicht wieder bereit. Guten Tag. Ich denke sie haben ein Aggressionsproblem. Meinst du? Ich bin hier der Therapeut. Diese ganzen Monster hier haben akut Aggressionsprobleme. Hättest du doch auch. Wenn du für so einen komischen fettigen schmierigen Typen arbeiten müsstest. Nein. Eure Schwächen sind offenbar. Ja. Das wäre da eine Ikone der Gelassenheit. Ich denke auch. So. Schwache Holztür. Was ist das denn für ein Vieh? Ein totes Vieh. Ihhh. Alter. Ah, ich werde hier voll rumgeschmettert. Ich auch. Meine Kraft kehrt wieder. Ich war irgendwie gerade zu leicht. Beträubt anscheinend. Ah, ja. Ne, nicht wirklich. Guck mal, ich bin irgendwie so voll langsam geworden. Ja, das ist wenn er dich zurückschleudert. Ich habe ein Polgnad gefunden. Was ist denn ein Polgnad? Ein Polgnad. Ich muss mir was ablegen. Ich muss mir was ablegen. Ein Handschwert. Alter, nur Kacke wieder hier in meiner Rüstung drin. Ähm, mein Inventar. Aber. Wo kommt ihr hier schon wieder her? Nur kurze. Ah, das sieht auch noch kurz aus. Ah, die wollen immer nur Party. Ich muss ja erstmal massive Sachen abfeuern. Ein bisschen rumlaufen hier. Okay, ich kann hier. Ja, äh. Lauf nicht. Ich muss erst mal rücksehe weg. Ich muss kurz den Kran immer kaputt machen. Na klar. Das muss ja auch sein. Hm. Ah, gleich kriege ich schon wieder Level ab. Wo hast du schon wieder Level ab? Mhm. Ein Schlawiner. Jetzt kann ich auch einen neuen Gürtel tragen. Schön, was haben wir denn hier für welche? 20 Intelligenz, 10 Vitalität oder 19 Intelligenz? Doch, wir nehmen erstmal den. Den Gürtel? Den Gürtel. Hier, ich habe hier zwei Sachen für dich. Kannst du mal angucken, ob du die du brauchst? Hm, mache ich. Sieht gut aus. Gucken wir mal ins Inventärchen rein. Mhh, ein dicke Schwört. Ja. Hierzu. Obwohl, 22 Stärke. 18 Geschicklichkeit, 25 Intelligenz. Stärke brauchst du eigentlich gar nicht. Ja, aber gut, 18 Geschicklichkeit. Das andere hat nur 20 Geschicklichkeit. Aber regeneriert noch ein Leben pro Sekunde. Und dann aber das andere hat 25 getötete Gegner erhöhen. Äh, gewähren acht Erfahrungen. Generalius. Ja, ich glaube ich lasse das, was ich drin habe. Obwohl es natürlich ganz cool ist. Ach ne, ich packe es einfach mal rein. Packst du einfach mal rein. Packst du einfach mal rein. Packst du einfach mal rein. Na klar, mache ich mal. Ach, meine Schultersachen sind so scheiße. Ich finde hier keine vernünftigen Schultern. Du brauchst ein neues Schulterpolster. Ja. Die haben noch nicht mal... Die haben kein einziges... Keine einzige Sache haben die. Nahkampfangreifer allein einen Schaden. Schulter, Schulter. Warte mal. Aber... Armschienen habe ich hier. Meinst du Armschienen? Ja, ich meine Schultern. Ja, aber ich brauche nur noch... Drehebener Schulterschutz. Habe ich richtig fette. Habe ich hier auch momentan noch nicht. Also meine sind schon nicht schlecht, meine sind gelb. So, wollen wir weiter? Äh, ja. Ja, ich hoffe die haben auch die richtigen Sachen drauf. Auch wenn die gelb sind. Stimmt. Aber schlechter als meine geht er gar nicht. Ja dann, ne? Ich bin weiser geworden. Jaaa... Level up! Level up! Gut da... Kopf, Kopf, herein. Oh, der wollte gerade essen, ne? Der sitzt hier gerade schön in der Kantine rum und wir... Haben ihn echt extrem gestört und die ganze Kantine auseinander genommen. Weißt du, ist das hier die Monsterkantine? Ja, das ist bestimmt die Monsterkantine. Hier gibt's Grießbrei für die Monster. Und Tee. Lecker, lecker. Oh, guck mal. Was seid ihr denn für welche? Fertiges Teil ist das. Ich kann nicht mehr tragen. Ich habe nicht genug geistiges... Laser-Ulsen. Scheiße, das ist so ein cooler Krummsäbel, wollte ich doch unbedingt haben. Cooler Krummsäbel? Mhm. Richtig krumm und geil. Mhm. Krumm und geil. Solang es nur der Krummsäbel ist. Jaaa... Ich muss etwas ablegen. Och man... Ich bin schon wieder voll. Darfst du nicht mal Alkohol trinken bei der Aufnahme. Ja, ich weiß. Das war auch wieder ein grandioser Witz. Mhm. Auf jeden Fall. Grandios. Ich habe extrem... extrem gelacht. Ja... Besser als deine Witze. Findest du? Welche Witze? Ja. Sie sehen aber auch lustig aus, diese Vollwerkdämonen hier, ne? Aus wie so fette Flederfläuse. Ein wenig, ne? Sie sehen eher ein bisschen aus wie Bowlingkugeln, ne? Und mit so Sachen dran. Vielleicht spielt A2 dann mit denen immer Bowling. Bestimmt. Kleinen Seelenreiser, komm mir schon wieder an. Hallo, ihr kleinen Jungs. Wollt ein Lolli. Okay, jetzt noch ein großes Rad. Und hier sind wieder... Fette. Fettis. Richtige Brummis. Brummifahrer sind das. Richtig dicker Brummifahrer. Und immer beschädigen wir die Ladung von denen. Das ist gar nicht nett. Ja. So lange die nach Tarif bezahlt werden. Ja, das weiß man nicht. Ist alles okay. Deswegen kloppen die uns ja. Oh, da. Springen wir euch hier raus. Zap, zap, zap. Meinst du sie streiken? Eventuell. Wir sind hier die Arbeitgebervertreter. Ihr kriegt nicht mehr geheilt. Ihr kriegt nur den Laserstreiz für dich. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Ich habe nicht genug Geistes gehabt. Nicht so weit. So, jetzt sind wir hier einmal im Kreis gelaufen. Ist halt kaum. Ja, richtig schön haben wir das gemacht. Haben wir jetzt die ganze Möcke frei gemacht? Ne, da hinten. Ja, hier brauchen wir nicht. Könnten da oben nochmal... ...auschecken. Hier oben war noch was. Meinst du da? Meinst du da? Wo denn? Ah, oben links, ne? Mhm. Vielleicht geht es hier ja weiter. Ah, das sieht ganz gut aus. Spürt den Zaun des Iter. Spürt den... Du wirst des Iter. Des Menschen Iter. Des Menschen Iter? Ja. Ich muss etwas ablegen. Ich bin der Menschen Iter. Hannibal Lector. Mhm. Da geht aber auch die zweite Staffel von los. Hast du in die erste Staffel Hannibal schon geguckt? Ne, habe ich noch nicht geguckt. Soll aber ganz gut gewesen sein. Ich gehört. Also nicht einer der besten Serien, aber... war ganz okay. Von Hannibal. Mit dem gleichen Schauspieler? Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Ihn in den Film. Ja, genau. Sehr geil. Das ist die Vorgeschichte dazu, ne? Jo. Alter, ich bin geeist. Alter. Ich auch. Ruhe. Ich auch. Ich trage zu viel. Alter. Alter. Ich bin grad fast gestorben, weil ich hier die ganze Zeit am Eis drin war. Ich glaube ich brauche Eisrüstung. Du willst immer noch Eisschlecken, ne? Immer nur am Eisschlecken. Ne, ich geh jetzt kurz erstmal in der Stadt zurück. Warte mal. Guck mal mit. Mein scheiß... Ausrüstung ist das schon... Mein Rucksack ist wieder voll. Sack voll. Dein Rucksack. So. Mhm. Hallo, ihr Handwerker. Mach mal heile, Junge. So. Ja. Hier kann ich nur Edelsteine kombinieren. 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 Ich will auch was kombinieren hier. Hm. Stärke brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Hm. Nee. Hm. Ich kriegst Treffchancen um 2,5. Nein, noch mal nicht. Kannst du Schoten Sachen hier mal wegfeuern. Kannst du Schoten? Nur Schoten! Au. So. Nein, brauchen wir auch nicht. Also so... Ich hab ja noch ein paar schöne Edelsteine gefunden. Ist auch immer nett, wenn man hier die Edelsteine hat. Ja, aber... Die Edelsteine sind doch voll geil. Ist ja... Ist hier nicht mehr irgendwo so ne scheiß Truhe irgendwo? Klar. Stehe ich wieder in der Truhe. Äh? Wo bist du denn? Rosi! Bist du nicht gerade an mir vorbeigelaufen? Hallo. Wo bist du? Ich stehe doch direkt neben dir hier. Hä? Das kann nicht sein. Klar. Wir gehen ein bisschen weiter oben wieder. Ach da. Ne. Templer Schuft und Verzauber. Ich bin doch hier. Alter. Denn da bist du jetzt. Wo ist die Truhe denn? Ich glaube mal zur Truhe. Hier, da. Ach da. Boah. So. So schön. Schön meine Edelsteine sortiert. Ach das sieht doch schön aus. Schön sieht das aus. Richtig schön. Wie viel hast du denn? Wie viel hast du denn? Wie viel hast du denn? Ich? Na Ahnung. Einige. Einige. Einige Egelsteine. Aber ich spal die mir ja auf. Ich will die ja in die gute Rüstung reinmachen wenn ich eine habe. Coal ich habe ne? Man kann die ja auch wieder zusammenfügen und sowas. Dann kann man ja größere bauen. Ich hab 227.000. Ich hab noch welche in der Tasche. Mhm. Mhm. Das ist ganz schön viel Kohle 227.000. Jo. So und ich würde sagen wir machen mal keinen Cut und nehmen dann später weiter auf ne? Ja können wir gerne machen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Wir wünschen euch viel Spaß beim angucken. Boah ich hoffe ihr hattet viel Spaß beim angucken. Das mach ich jedes Mal falsch. Hahaha. Ciao. Ciao.